ich bin wunder er geht automatisch automatisch aufgestanden gegner sieht aus wie ein schütze auf 12 uhr ich lasse ihn mal schön stehen oder hier ist auch einer hier sind zwei ach scheiße das hat er nicht mit eng gemarkiert er hat mich jetzt gesehen hier oben ich wollte dich doch nur heilen hier oben habe ich aber auch nicht gesehen alter der in der zelle der muss weg sicher nicht dass der eine da drum herum läuft muss der auch weg komm mach den doch weg ok wo ist hier oben jetzt einer ach da hinten ach ich sehe nichts so dunkel schreien die alle so das ist doch wohl der sterber hä ich hatte nichts von wegen entdeckt du aber irgendwie hä da bin ich doof hattest du nur eine entdeckt meldung also ich nicht ja ja da ja 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 Oh, schmeißen der mit Granaten? Ja. Onkel, Onkel, Onkel. Ich hab nicht mit Granaten geschmissen. Ach, scheiße. Oh, das ist eine Löchgranate. Ne, eine Blindgranate. Ach, die Scheiße. Ziel erledigt. Wir brechen durch. Druck aufrecht. Sensor aktiv. Kontakt auf 2 Uhr. Wo ist denn der? Seht ihr den nicht? Nein. Er ist toll. Klar. Lade nach. Da kommt der Nächste. Bewegt mich! Ja, komm her. Wollen wir hin? Bist du? Ach, du gehst rechts rum. Alles klar. Kontakt. Du gehst rechts rum. Zwei Schützen. Genau vorne. Wo ist er gar nicht entdeckt? Was? Ach, stimmt ja. Ich bin ja auch doof. Ich könnte doch eine Drohne benutzen, Mensch. Drohne abgesetzt. Da ist er als Crawler. Dummdi dummdi dumm. Guckuck. Super. Boah. Aufpassen. 3 Uhr. Sturmgewehr. Dann ist er doch betäubt. Wieso treffe ich den nicht? Ist er beschiss. Gegner erledigt. Sie wollen nicht. Komm, komm. Sie gehen in Deckung. Ich zieh auf. Vor. Lass mal eine Drohne hin. Oh, da ist die nix. Oh, da ist die nix. Du musst ja eine Drohne reinsetzen. Ja, ja. Aber erst mal muss ich den Gegner auch. Ist er weg? Boah, scheiße. Mich hat immer erschossen. Auf der anderen Seite. Ne, der kommt. Hilfe. Gibt's nicht mehr. Oh. Ich hab's gesehen, dass er gekommen ist. Ich hab ihn in die Beine geschießt. Wer schießt denn hier, alter? Immer noch einer von der anderen Seite. Auf und um. Wie denn? Wo liegt die da? Das ist Feigen. Auf und um. Wir kommen von rechts. Na so. Weiter. Gerade nach. Oh, weg ist er. Hilfe. Ach du, von vorne kommt noch mehr. Ja. Komm, check dich du Wichser. Boah, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Was? Ja, von vorne kommen sie und von hinten. Ich hab mir eben einen Schuss von hinten. Siehst du gleich, oder ist einer? Was tut? Gut. Ein Crawler geht nicht auf den Gegend. Ach, unsere Granaten sind zusammengestoßen. Hast du das gesehen? Du? Ich hab jetzt die Granaten auf den geworfen und deine Granaten auf mich und die sind zusammengestoßen in der Luft. Ja. Cool. Nichts zu machen. Okay. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Keine Ahnung. Was? Ob wir müssen hier durch wahrscheinlich. Ach, du bist schon unten. Ach, da bist du durch. Ah. Okay, ich mach wieder. Ich setz die Drohne mal in den Lüftungsschacht mal wieder. Ich würd lieber an deiner Stelle hierher kommen. Wenn der das doch sacht, ich soll da durch. Ja, aber ich soll an deiner Stelle von der Seite das machen, weil wenn die jetzt von hinten angreifen ist, bist du voll im Schussfeld. Sie formieren sich neu. Was ist das? Ach so. Du wirst, ich kann hier absichern der Weile, bis du die Drohne da drinnen rum gehandiertelt hast. Ja. Na, ich muss ja nur, ich muss ja nur einmal rein. Entweder sagt er Jo-Jo oder er sagt nichts zu machen. Denker. Ha. Denker. Kuckuck. Hä? Nicht? Also muss ich direkt hier stehen. ... blöd ... oder was? Kannst du jetzt irgendwas machen? Was? Na klar bin ich ja schon beim Präsidenten! Wir sind und ich ein bisschen scho. Wann sind wir hier auch irgendwie wieder raus? Ich bin ein ... Möchtet ihr weg? Ich bin in Mariadke. Es ist schließlich ein Knast. Ich bin auf der Seite langgegangen, wo du von uns lang bist. Was ist denn, ey, der Präsident, der kommt nicht mit. Ach, jetzt läuft der zu Dio. Was ist denn hier? Auf dem Feindkontakt, die beziehen da draußen übel Stellung. Ich habe hier keinen einzigen Feind. Ja, die warten auf dich. Guck, guck. Mach auf. Ich sehe euch, das habe ich Guckuck gesagt. So, wir sind da. Ihr müsst nur herkommen mal zu mir. Meine lieben Brüder und Schwesterchen. Das ist nur, da ist der ganze Schelde draußen, der ganze Gebiet. Wo bist du? Das stimmt. Da muss ich zum Starten gleich den Angriff. Das wird laut. Wir sollen bloß gut gehen. Wenn auch wirklich schade, wenn wir jetzt mal wieder Lachen sein müssen. Kümmern Sie sich nur um die Abholzone. Wir holen Sie in einem Stück raus. Wir sehen uns oben. Roger. Wir sehen uns auf die Abholzone. Wie viele Menschen sind auf dem Lachen, Herr Präsident? Ich sehe, dass viele Leute sind auf dem Lachen. Wir müssen uns nicht schraubt. Ich wusste, dass es Ihnen ein paar Abholzieren kann. Ich wusste, dass es Ihnen ein paar Abholzieren kann. Ich bin eigentlich ein Abholzieren. Es wird alles gut. Wir haben Freunde hier oben. Wir haben Freunde hier oben. Warte, bitte. Wir sind meine Freunde. Ich glaube, ich glaube, dass ich in diesem Fall bin. Ich sehe nach zwei. Uiih! Traur leil, wenn man mich so zu erschrecken, mein... Ja, Alter! Sieht das mal an hier, Alter! Das ist ja wie nach einem Weltkrieg hier. Wie nach einem Atomeinschlag sieht das hier aus. Wenn man was da runterkommt an der Wand. Zwei Gegner kommen dazu. Vor uns. Der war schneller. Alter! Boom, alle Matsch. Was glaub ich denn lang? Einfach umrotzen. Verdammt für ne komische Pistole. Oder? Lass die, lass die, lass die, lass die, lass die nicht. Warum? Wohl zu, sie sehen uns doch nicht. Uns nicht, aber den Typen, der ist doch nicht unsichtbar. Die sehen uns auch so nicht, weil die mit sich selbst beschäftigt sind. Umso besser. Ich bin auch immer mit mir selbst beschäftigt. Das ist schon okay. Ich hab das schon kapiert. So, das wars. Was? Sieht doch aber schon geil aus, ey. Zieh doch den Scheiß mal an, Alter. Was? Wir kommen doch wenigstens zu dem Punkt. Wohl die Muni, wieso? Wohl die Muni, wieso? Oh! Im Anklug, halten sie so lange die Position. Das kann ja lustig werden. Was? Bist du? Da. Okay. Alter, ich seh hier kaum was. Alter, die kommen hier von allen Seiten, Digga. Alter! Ich seh nix! Siehst du was? Ich nicht. Boah, ich lieg hier. Stell dich doch einfach mal in die verkackte Wand ran. Bringt doch nix, wenn die auch von der anderen Seite kommen. Kann man aber nicht von der anderen Seite. Ne, doch, hatte ich doch eben. Ne, weil die hier hoch, die kommen hier hoch gerannt. Ich seh hier aber nix, Alter. Boah, der Heli, der Heli, der Heli. Ja, ich seh doch nix hier, Alter, ne Nebel. Aber siehst du nix? Ja, dann hock dich mal dahin, dann siehst du nix. Was? Was bist du jetzt hin? Dann mach Nachtsicht an. Siehst du was? Ich lieg jetzt hier rum. Hä? Kann ich's machen? Oh, wie? Ja, wie tot? Du kannst gar nicht tot gewesen sein, weil da stand, dass ich dir helfen soll. Oder sowas. Ja, aber der Heli hat wahrscheinlich dann auf mich geschissen. Dich geschissen? Hahaha. Okay. Okay. Kommen hier hoch gespeikt, deswegen. Ja, nur das Ding ist, dass dieses scheiß Leuchtding, da seh ich nix. Im Anflug, halten Sie so lange die Position. Ach, nee. Da, ich geb's doch nicht. Boah. Hat noch geklappt. Wie kannst denn du da was sehen, Alter? Ja. Da seh ich ja noch weniger. Ach, Quatsch. Geht. Aber, Alter. Ich muss mal woanders sehen. Ähm. So, da hast du was. Boah, Alter. Was ist denn? Was ist denn? So, mal auf uns zu schießen. Haben die noch nix getan. Jetzt macht der Heli gehört uns. Ja, der gehört uns. Was ist denn hier stärkere Waffen? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Was ist denn hier? Stärkere Waffen sind immer so, oder? Was ist denn hier? Ach, ich soll hier hin? So, geht weiter! Boah. Schon die ganze Zeit noch der Kreis. Hab nur nicht gesehen. Du bleibst da. Geil, du bleibst da. Ja, wir haben es geschafft. Endlich. Ja, noch eine Sequenz und dann... Ach ja. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Hey, Kumpel. Daddy hier. Dein Daddy. Happy Birthday. Hast du einen schönen... Oh. Was? Hört sich toll an. Durftest du dir das selbst aussuchen? Okay, Kumpel. Sage deiner Mutter... Nein, nein. Nein, Daddy ist weg. Daddy muss jetzt arbeiten gehen. Okay, Junge. Ja. Ja. Habt dich lieb. Okay, Leute. Der Lady überlassen. Präsident Boludin kann ihre Beteiligung an seiner Rettung niemals öffentlich zugeben. Seine Rückkehr an die Macht muss ihnen Dank genug sein. Falls nicht, gebe ich eine Runde. Derweil dringen Dukas Leute nach Moskau ein. Wir schicken sie zur Unterstützung. Die Demonstranten sollten die Meisteraufmerksamkeit auf sich ziehen. Ihr Team folgt dem Zug unbemerkt und macht ihm den Weg frei. Sobald sie sicher sind, suchen wir General Bukarov, den militärischen Kopf von Raidensrock. Er leitet das letzte Aufgebot. Das wird ein Sieg des russischen Volkes. Wir werden das Land nicht für sie zurückerobern. Aber wir sorgen verdammt nochmal dafür, dass sie gewinnen. Jo. In diesem Sinne sind wir für diese Session jedenfalls fertig, weil Onkel möchte gerne ins Bettchen gehen, weil es schon spät ist. Arbeiten. Ja, es gibt glaube ich, Leute, die arbeiten gehen. Ja, ich. Nein. Haben wir aber jetzt genug gezockt. Wir haben auch genug Stress heute gehabt. Von daher habe ich da auch keinen Bock mehr. Also für heute. Wir sehen uns sowieso morgen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und in diesem Sinne sage ich Tschüss. Tschüss. Tschüss.